Mein heutiger Gast macht für sehr bekannte Marken UX und UI Design und genau solche Personen möchte ich immer gerne einladen, denn ich finde es, wenn jemand sehr tief in einem Thema drin ist und auch sehr klare Vorgänge hat und so wie es bei meinem Gast ist, sehr klare Designsysteme, die er anbietet, auch für seine Kunden, dann finde ich es umso spannender, ein Gespräch zu suchen. Von wem spreche ich? Niemand geringeren als Flo Steinlemm, mit dem ich heute knapp eine Stunde, glaube ich, verbracht habe und über das ein oder andere Thema gesprochen habe. Er ist spezialisiert auf UX und UI Design, hat ja auch schon sehr namenhafte Kunden begleitet, das könnt ihr euch auch auf seiner Webseite anschauen, findet ihr alles unterhalb in der Beschreibung. Und eine zweite Besonderheit ist, dass er auch die Webflow Umsetzung macht, beziehungsweise er mit seinem Team, das heißt auch wieder mal die Seite zu hören von Webflow, beziehungsweise was die Vorteile dran sind. Genau, und hier haben wir über das ein oder andere Thema gesprochen, auch wie die Entwicklung in der Zukunft aussieht und ich wünsche dir jetzt nur mehr viel Spaß mit dem Interview. Danke, Flo, dass du heute bei mir bist und wir ein bisschen hier über Webdesign, UX und UI quatschen können. Vielleicht ganz am Anfang stellst du dich ganz kurz vor, was du denn tust und genau, wer du bist und mit was du dich taktisch beschäftigst. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega. Genau, mein Name ist Flo Steinle. Ich bin Webdesigner, UX, UI-Designer und Webflow-Experte. Sprich, wir erstellen hochindividuelle Websites immer mit einem extrem hohen Anspruch an Design und am Ende müssen diese Websites immer verkaufen. Das heißt, wir machen Websites für den B2B-Sektor, jetzt gar nicht branchenspezifisch, es ist alles dabei und genau, setzen die ausschließlich in Webflow um. Ah ja, perfekt. Habt ihr mal was anderes verwendet außer Webflow oder war das immer das Go-To-Tool, seitdem du denken kannst? Also, bis vor drei Jahren, sage ich mal, haben wir auch mit WordPress gearbeitet oder wir haben auch mal mit Craft-CMS gearbeitet, aber ich sage mal so, ja, jeder fängt ja irgendwie mal mit WordPress an, das haben wir natürlich auch gemacht und haben aber dann relativ schnell gemerkt, okay, Webflow ist dann doch so unser Ding und das ist einfach viel zugänglicher für Designer und dann haben wir uns da relativ früh drauf spezialisiert. Ja, vor vier Jahren, da hat Webflow ja doch noch anders ausgesehen. Also, wie ich begonnen habe, ich habe, glaube ich, 2012 begonnen, da gab es ja Webflow noch gar nichts. Das ist, glaube ich, erst 2013 gegründet worden. Aber ja, ich finde immer, es ist ganz cool, wenn man, egal welches Tool man findet, dass man auch keine Angst davor hat, irgendwie zu switchen und zum Teil finde ich es dann eben auch immer spannend, dich als Person und dein Können dahinter zu haben, weil, was viele nicht verstehen, die vergleichen dann immer, WordPress ist gleich Webdesign oder Webdesign ist gleich Webflow und ich sage immer, hey, das ist ein Development-Part, also UX hat zum Beispiel damit gar nichts zu tun, also das ist natürlich, oder das UI, weil das kannst du auch ganz woanders bauen, mit einem Tool oder auch bei Hand oder was auch immer und dann einfach übertragen irgendwo. Und was das Tool dann ist, mit dem du es überträgst, das obliegt dann immer jedem selber. Hast du, vielleicht da auch nochmal, um zu Backstory zu kommen, hast du eine Ausbildung in dem Bereich oder wie war denn dein Werdegang? Wann hat sich so das Thema Websites, Design oder irgendetwas aufgetan bei dir? Also wann hat das begonnen? Ja, ich sage mal so, diese kreative Ader, die hat sich schon relativ früh gezeigt, dann so auf der weiterführenden Schule auch angefangen, Flyer zu designen und so. Genau, ich war jetzt nicht der Überrenner in der Schule, da war halt so das Agreement mit meinen Eltern, okay, entweder ziehst du jetzt die Schule durch, was eigentlich für mich keine Option war, oder du machst jetzt halt eine vernünftige Ausbildung. Und ich brauchte natürlich irgendwie auch eine Ausbildung, die so ein bisschen so diese Kreativität rausholt. Ich wollte unbedingt was machen, was mir Spaß macht. Und genau, da habe ich dann letztendlich die Ausbildung zum Mediengestalter gestartet, in Düsseldorf in der Full-Service-Agentur. Und da habe ich dann letztendlich auch erst mal so gelernt, okay, wie macht man eigentlich Websites, was ist überhaupt digitales Design? Habe dann auch HTML, CSS von Grund auf gelernt. Also so bin ich in diese Welt, in diese digitale Welt überhaupt erst mal reingekommen. Weg vom Print, rein in die Website-Erstellung. Ja, weil ein großer Part bei euch ist, was bei vielen Agenturen, finde ich, auch gar nicht so im Vordergrund steht, also zum Beispiel bei mir bei der Website ist es auch eigentlich nicht wirklich drauf, sind ja auch Design-Systeme und das ist ja auch immer ein Part, zum Beispiel, ich komme nicht aus dem Design-Thema, sondern ich bin irgendwie, ich habe WordPress kennengelernt, dann habe ich mich in WordPress verliebt und dann habe ich irgendwie aus der anderen Richtung sozusagen heraus Design gelernt und habe dann auf einmal irgendwann gemerkt, ah, okay, es gibt halt Grids und es gibt gewisse Hierarchien, die man einzuhalten hat und auch bei der Farbenlehre etc., gibt es Farbenpsychologie und so weiter. Das ist so bei mir dann immer Step-by-Step gekommen, aber am Anfang habe ich mir einfach gedacht, okay, wie kann ich irgendwas umsetzen? Und bei euch ist ja Design-Systeme sehr, sehr stark vertreten auf der Webseite, finde ich, was ich immer sehr cool finde, weil das vielen Kunden, glaube ich, fehlt. Auch bei größeren Agenturen habe ich gesehen, dass da wenig auf zumindest ein Brand-Book oder so auch für die Webseite gemacht wird, wo dann irgendwie ein Rahmen da ist und ich meine, man sieht es bei eurem Design und auch bei euren Kunden beziehungsweise Case Studies, dass das natürlich alles ziemlich stark Hand und Fuß hat. Also da muss ich auch sagen, dass das sehr beeindruckend ist, wenn jemand Ahnung, glaube ich, vom Design hat, und weiß, wie viel Zeit da auch reinfließen muss oder wahrscheinlich gelaufen ist, damit das so aussieht, ist wirklich sehr beeindruckend. Wie, vielleicht jetzt eine Frage, die so aus einem Spruch, den ich auch oft auf YouTube bekomme oder die ich oft sehe, also da sind Anfänger, die, oder auch Anfängerinnen, die irgendwie ein, zwei Jahre oder drei Monate irgendwie Webseiten machen, der Klassiker jetzt immer, Premium-Websites, Premium-Branding, also irgendwo, dass man sich auch hier absetzt und die haben immer draufstehen, oder dort steht auch immer drauf, UX und UI-Designer oder in, ja. Und ich glaube, viele haben da gar keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Also ich glaube, es ist einfach nur so ein fancy Begriff, den viele dranschreiben, weil die das halt bei anderen sehen. Jetzt weiß ich auch bei dir, du bist ja tatsächlich ein, 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 ein sehr in die Tiefe gehender UX-Designer und auch UI-Designer. Kannst du vielleicht für diejenigen, die jetzt auch vielleicht frisch zuhören, so ein bisschen diesen Begriff nochmal umreißen, ja, und, und wo du auch die Abgrenzung ziehst und, genau, wie, wie du das so ein bisschen für andere klären würdest, weil ich glaube, das hilft vielen, die keine Ahnung davon haben, was das überhaupt heißt, ja, und, und, dass wir das so ein bisschen klären. Ja, ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieser Begriff momentan sehr volatil benutzt wird. Also, ich glaube, aktuell ist so der UX-UI-Designer der bessere Webdesigner, aber das ist ja gar nicht im Kern das, was ein UX-Designer überhaupt darstellt. Und da muss man auch so ein bisschen fair sein, also UX- und UI-Designer, so eine Mischung aus beidem ist ja eigentlich auch gar nicht mal so das Richtige, sondern eigentlich sind es ja zwei komplett völlig unterschiedliche Jobs. Und, ja, ich würde immer sagen, der UX-Designer, der überlegt sich halt letztendlich, wie die App oder die Website funktionieren soll, an welchen Stellen, welche Funktionen enthalten sein sollen, er sorgt letztendlich für die beste User Experience, für die beste Benutzerführung, der will ein Erlebnis schaffen, der will eine einfache Nutzerführung schaffen, das kann dann halt ganz konkret irgendwie auf Wireframe-Basis passieren, das kann aber auch runtergeschrieben in einer Feature-Liste sein, das kann in Tickets niedergeschrieben sein, also das ist letztendlich, finde ich, so dieser klassische UX-Designer, der macht mehr das Konzept und das Wireframing und der UI-Designer, der malt es halt an, also das klingt jetzt eigentlich total einfach, aber ist es ja auch nicht, also man muss sich ja auch Gedanken drüber machen, okay, wie sieht jetzt letztendlich ein Button aus, wie wird der als Button wahrgenommen, wie wird ein Inputfeld als Input wahrgenommen und deswegen also eigentlich arbeiten UX-Designer und UI-Designer auch sehr, sehr eng miteinander zusammen und so läuft es ja eigentlich auch in den größten Companies, wenn man jetzt, sag ich mal an so Airbnb oder so denkt, die da wirklich große Design-Teams sitzen haben, dann ist das ja wirklich ganz klar abgegrenzt, diese beiden Jobs, aber irgendwo spielt natürlich alles mit rein, weil ein Button, der aussieht wie ein Button, hat eine gute UX, also muss ein UI-Designer auch halt irgendwo UX können, ja, genau, aber es ist halt irgendwie so, momentan wird es so volatil benutzt und das, ja, eigentlich schon länger, jeder schreibt das, ja, genau, es ist halt dieses, es ist so dieses Klassische, wenn du ein kleines Ego hast, dann kaufst du irgendwie ein großes Auto und eine teure Uhr, um das zu überspielen und das merkt jemand, der in der Branche ist, merkt das relativ schnell oder jemand, der merkt oder reflektiert ist, sag ich mal zum Beispiel, ich merke relativ schnell, ob jemand eine Persönlichkeit hat, also bei dir merke ich das zum Beispiel, du hast eine Persönlichkeit, du hast gewisse Dinge, die du gut und schlecht findest und für die würdest du auch einstehen, Punkt, ja, und ob du jetzt mit einem Ferrari, Porsche oder was auch immer kommst, will ich dich nicht in Frage stellen, weil ich denke mir, okay, der Flo wird sich das überlegt haben und alles gut, ja, aber es gibt ja die Leute, die keine Ahnung davon haben und ich finde, dieser Begriff wird dann eben verwendet, wie du es sonst sagst, um so ein bisschen, sag ich mal, Parfum auf die Webseite zu sprühen, damit der eigentliche Geruch nicht hochkommt, ja, dass das halt ein Anfängergeruch ist und vielleicht fehlerlastig, ja, und dass halt große Firmen vielleicht dort eher nicht anfragen, so ist mein Gefühl und weil ich habe dann mit einigen gesprochen, die haben auch gesagt, ja, wir machen UX und UI-Design seit einem Jahr und sehr erfolgreich mit Kunden und so weiter und dann habe ich mir die Webseiten angeschaut und ich habe gesagt, okay, wie ist euer UX-Prozess und so weiter und dann vermischt sich das alles, ja, und UI ist ja eigentlich ein Teil des UX und auch, wie du schon sagst, in großen Departments, in großen Firmen ist UX ja nochmal aufgesplittet in mehrere Departments, dass manche nur Recherche machen, manche andere Themen und nur die Nutzerfahrung einholen und Feedback einholen und dann gibt es noch ein UI-Team und ich weiß nicht was, also das ist schon natürlich, ich verstehe auch, so wie es bei mir auch ist, wenn man alleine ist und vielleicht ein, zwei Leute hat, mit denen man arbeitet, ist man irgendwie alles, ja, das heißt, natürlich, man überlegt, okay, der Button sollte nicht nur vielleicht mehr heißen, sondern da steht mehr über uns erfahren, ja, damit jemand weiß, okay, wohin geht das, ja, das ist auch bei der Barrierefreiheit ein Thema und so, das heißt, das ist ja UX, aber natürlich möchte ich den jetzt nicht in rot machen, weil das wäre eine Signalfarbe, die dort überhaupt nichts zu suchen hat, sondern das sollte schon in der Farbe sein des Kunden, das heißt, in dem Fall habe ich dann irgendwie UX und UI vereint, aber natürlich auf einer sehr einfachen Basis, also, aber ich glaube, das hat, deine Erklärung hat auch mit dem Bemalen, das hat vielen geholfen, gerade wenn man eben an Wireframes denkt, vielleicht auch so Low-Fidelity-Wireframes, die halt nur gezeichnet sind und da ist das Nutzerlebnis so vielleicht ein bisschen erkennbar oder auch der Fluss, dann, dass das dann erst angemalt wird irgendwann mit dem UI, wo du dir wirklich überlegst, okay, wie schauen die ganzen einzelnen Komponenten aus, genau, kann man sich ja hunderte Stunden darin verlieren, finde ich immer spannend. Wie schaut das denn bei euch vom Prozess aus, also weil, ist es so, dass Kunden zu euch kommen, die sagen, okay, wir wollen jetzt mal generell das Branding auf, also das Branding-Thema aufmachen und sage ich jetzt mal, ihr geht eben mit UX rein und macht jetzt auch mal mit Figma ein UI etc. und setzt dann um oder wie ist denn bei euch, weil die Firmen, die ihr ja so ein bisschen als Referenz habt, sind doch größer, das heißt, macht ihr da dann den ganzen Prozess, also wirklich von Befindung, Recherche bis hin zur Umsetzung oder konzentriert ihr euch da eher auf Teilaspekte, also wie schaut das bei euch im Normalfall aus? Also es ist ein bisschen unterschiedlich, also wenn wir jetzt natürlich von so großen Kunden wie Finanzflos oder Fressen absprechen, für die wir jetzt zuletzt gearbeitet haben, dann stehen natürlich da komplette Style Guides, es gibt Brand Guidelines, man weiß letztendlich, wie man die Marke oder das Markenbild richtig ins Web transportiert, wie man mit dem Logo, mit den Farben arbeiten muss, so das steht dann halt schon und das sind ja tatsächlich auch ja Projekte, da muss man dann gar nicht so viel mehr in die Gestaltung reingehen, ich sag mal, man muss sich, beziehungsweise man muss nicht mehr so diese Grundlagen schaffen, man weiß ja letztendlich schon eben, wie sieht ein Button aus, wie sieht eine Schrift aus und so weiter. Wenn es aber jetzt eher so um Kunden geht, die jetzt vielleicht noch gar keine Webseite haben oder die jetzt gerade vielleicht eine Webseite haben, die sehr schlecht ist, die noch nicht eben das darstellt, was sie letztendlich sind, dann gehen wir da auch immer so ein bisschen in Richtung Branding, heißt jetzt nicht, dass wir einen umfassenden Style Guide oder so erstellen und da ein Logo designen oder so, aber immer dann, wenn wir eine Webseite erstellen, haben wir eben eine Konzeptionsphase, sprich wir überlegen uns, okay, wie muss die Webseite aufgebaut sein, was gibt es für Unterseiten, welches Ziel verfolgt jede Unterseite, weil jede Unterseite muss am Ende ja irgendwie auch seine Daseinsberechtigung haben, man braucht nicht eine Über-uns-Seite, damit man über sich erzählt, sondern man braucht eine Über-uns-Seite, damit man das Unternehmen richtig präsentiert, dass man Trust erzeugt, also das sind halt eben so diese Aspekte, die in der Konzeptionsphase anfallen und dann machen wir immer einen Design in Figma, das heißt, es wird wirklich Unterseite für Unterseite durchdesign, Sektion für Sektion, Button für Button, also eine Farbwelt wird erstellt, eine Grauwerttabelle, alles, was man eben letztendlich braucht, um eine Webseite zu designen und da steckt dann schon auch Branding drin, muss man sagen, also wir haben ja zum Beispiel auch Kunden, die haben dann eine Brandkarte, die du im Web gar nicht verwenden kannst, weil sie einfach nicht nur Kontrast bietet, also sowas challengen wir natürlich schon immer, deswegen geht das teilweise dann schon so in Richtung Branding, aber am Ende kommt immer ein, ich sag jetzt mal, Pixel-perfektes, auch wenn Pixel-perfekt vielleicht nicht mehr so der Begriff heutzutage ist, es kommt ein Pixel-perfektes Design raus, genau, und das stimmen wir halt auch ganz eng mit unseren Kunden ab und dann setzen wir das in Webflow um, also, und es steckt auch immer so ein kleines Design-System am Ende dahinter, also jetzt nicht ein Design-System, sag ich mal, wie jetzt bei Fresnauf mit 2000 Komponenten oder so, aber ich sag mal so, diese ganzen Basic-Komponenten wie Inputs, Buttons, Schriften, Farben, das ist halt, steckt eigentlich immer in jedem Projekt von uns drin, und das ist auch ein bisschen Branding, was da drin steckt, was wir machen. Muss man ehrlich sagen, sieht man von außen, also ich arbeite zum Glück auch nur mit großen Firmen, die meist Asian-Brand-Guide haben, aber ich bin teilweise auch überrascht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit großen Firmen schon gearbeitet, wo ich die Brand-Styles oder die Guides auch gesehen habe und mir gedacht habe, was ist da passiert, also da waren auch irgendwie drei Agenturen zugange und das ist eher wie ein Archiv oder wo ich mal sage, ich brauche mal zehn Stunden, um zu verstehen, was da überhaupt gemacht wurde, also ich finde das immer ganz spannend, obwohl das eigentlich so eine ganz einfache Sache ist, dass die irgendwo an einem Grund-Brand-Guide irgendwo mal arbeiten und dann sagen, okay, wir machen mal das ganz klein, ja, und also eine Firma hat sogar tatsächlich irgendwie einen Brand-Guide von Apple sich runtergeladen und dann anhand dessen irgendwie versucht, alles auszufüllen und alles gleich zu machen. Ich habe gesagt, ihr braucht das ja alles gar nicht, wozu stehen da 17 Logo-Varianten und wie eure Partner das verwenden? Ihr habt ja gar keine Partner, die das Logo von euch verwenden und also da habe ich auch schon vieles gesehen, aber finde ich immer immer ganz witzig. Was ich jetzt noch spannender gefunden habe, weil das habe ich mir tatsächlich auch notiert, ist das Pixel-perfekte Design, weil da wollte ich so ein bisschen mit dir drüber quatschen vielleicht, weil was man bei dir auch schon stark raushört, was glaube ich durch das UX bei dir als Fokus eh schon auch länger vorhanden ist, ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Barrierefreiheit, also sprich, weil du Kontrast angesprochen hast, was viele nicht am Schirm haben und ich habe auch schon ein paar Kunden gehabt, wo ich gesagt habe, ihr wollt so irgendwie grau, also dunkelgrauer Hintergrund und graue Schrift drüber, damit es nicht zu sehr irgendwie im Vordergrund steht, aber das ist halt barrierefreiheitstechnisch nicht das Beste. Wie, also wie pixelperfekt kann man sich das vorstellen? Ich glaube, für viele ist nämlich dieser Begriff, vor allem wenn man vielleicht auch am Anfang ist oder nur zwei, drei Jahre in dem Beruf ist, was heißt denn pixelperfekt? Also wie übersetzt ihr das dann so, dass ihr auch sagen könnt, okay, das ist tatsächlich pixelperfekt? Weil das ist auch eine Ansage für den Kunden ja natürlich, weil wenn der vielleicht sagt, hey, ich wollte immer nur 30 Pixel große Buttons haben oder so, also genau, wie schaut das dann bei euch so von der Umsetzung her aus? Das würde mich so ein bisschen interessieren. Ja, man muss jetzt auch so ein bisschen dazu sagen, dass pixelperfekt jetzt vielleicht eher so ein Synonym für Konsistenz ist. Also, dass man sagt, okay, man sorgt halt eben dafür, dass alle Bilder den gleichen Border-Radius haben. Man sorgt dafür, dass die Abstände zwischen den Sektionen einheitlich sind, dass Buttons eine einheitliche Größe haben und das sorgt natürlich am Ende dafür, dass ein harmonisches Bild entsteht, dass einfach das Design dem Betrachter gefällt. Deswegen, so würde ich halt pixelperfektes Design heutzutage betrachten, denn wir arbeiten natürlich auch in der Umsetzung mit RAM und EM. Also das ist ja einfach so der Way to go aktuell. Aber ich sag mal, ich bin da sehr, sehr, sehr detailverliebt und ich bin da sehr penibel. Also bei meinen Designs in Figma achte ich wirklich immer darauf, dass alles sehr konsistent ist, dass die Abstände einheitlich sind. Da bin ich wirklich, ich benenne auch immer alle Ebenen und so. Also ich sag einfach mal, damit dieser Detailverliebter dran zu gehen, mit dieser so akkurat wie möglich zu arbeiten, das macht letztendlich, finde ich, ein pixelperfektes Design aus und das ist so mein Anspruch ans Design. Und wenn es jetzt um die Webflow-Umsetzung geht, ich habe ja noch zusätzlich einen Festangestellten, den Tobias, der unterstützt mich da auch zu 100 Prozent in der Webflow-Umsetzung. Der sorgt auch eben mit einem genauen Blick da drauf, dass wirklich alles eins zu eins so umgesetzt wird, wie es in Figma designt wurde. Also wir fangen dann in der Regel beim Styleguide an, designen dann die einzelnen Komponenten und Elemente erstmal runter und dann bauen wir die Seite und wir sorgen dann immer für einheitliche Klassen, einheitliche Abstände und so können wir eben auch sicherstellen, dass am Ende ein pixelperfektes Design rauskommt oder eine pixelperfekte Website rauskommt. Ja. Aber ihr könnt wahrscheinlich die Webseite nicht um 1000 Euro anbieten wie andere Anbieter. Leider nicht. Das muss man dazu sagen, weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, weil viele sagen, weiß nicht, die installieren jetzt, also es könnte ja so sein, du als Flow oder auch ihr in der Agentur, ihr erstellt jetzt ein Template für Webflow. Ihr verkauft das, das nimmt jetzt jemand und füllt es nur aus, ohne großartig viel zu verändern. Das heißt, der hat ja die gleiche Konsistenz unter Anfangszeichen oder die Konstante auch durch das ganze Design, so wie ihr es euch gedacht habt und hat auch gleiche Abstände und so weiter. Das heißt, eigentlich von außen betrachtet, wenn jemand einen anderen davon hat, gleiches Ergebnis, aber in Wirklichkeit hat er einfach ein Template verwendet und das ja nicht selber erfunden. Das heißt, die Zeitkomponent ist eine ganz andere und da tun sich auch viele schwer, weil ich kann mich erinnern, vor 5, 6 Jahren habe ich glaube ich noch Videos, da habe ich so gesagt, ja, wir machen Webseiten ab 2500 und haben mich da so langsam auch hochgesteigert und über die Jahre und jetzt machen wir es eigentlich nicht mehr unter, also unter 5000 Euro bieten wir auch keine Webseiten mehr an, weil es sich einfach auch nicht auszahlt. Also wir wissen, dass gewisse Dinge ja mit drinnen sein müssen und bei euch klingt das fast sogar noch so, weil also auch von der Umsetzung und vom Designsystem, das würde ich sagen, wollten meine Kunden auch nicht zu einem genauen Detailgrad und so weiter, aber da muss man ja, also in meinem Ohr hört es sich so an, da musst du Minimum 7, 8, 9, 10.000 Euro nehmen für ein Projekt, ansonsten kommt das ja von den Stunden gar nicht für euch hin. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Leute zu wissen, wenn man diese Erfahrung hat und die Erfahrung, die du hast und das, was ich umsetzt, deswegen kostet das dann auch was und das ist dann der große Unterschied zwischen einer Webseite, die wahrscheinlich auch fünf Jahre mal bestehen bleibt und nicht nach einem Jahr wieder zu jemand anderem wandert und überarbeitet werden muss oder so. Also das ist genau der Klassiker. Vielleicht da auch, was ich so jetzt derzeit sehr gerne frage, einfach weil es mich auch interessiert, wie sehr hast du, also kann vielleicht auch bei den Kunden, weil du auch größere Kunden hast, das ist vielleicht auch spannend, weil die vielleicht auch in der Umsetzung da schon sind, künstliche Intelligenz. Wie begleitet euch das intern und auch vielleicht extern? Hast du Kundenanfragen, die vielleicht auch in diese Richtung gehen und wie siehst du auch vielleicht künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang mit Webdesign oder halt UX und UI Design? Hast du da Angst, dass man den Job verliert, wie so viele mir schreiben oder siehst du da einfach nur eine schöne Synergie? Genau, wie siehst du dieses ganze Thema? Ja, also wir benutzen KI schon aktuell bei unseren Projekten, aber sehr wenig. Also ich sage mal in der Gestaltung beispielsweise, wenn man mal ein Bild freistellen will oder ChatGBT, um einfach einen Text zu kürzen oder sich vielleicht auch mal eine Idee geben zu lassen, okay, was könnte man jetzt noch auf Unterseite XY für eine Sektion darstellen? Aber es sind so sehr einfache Tasks, die wir an die KI auslagern. so die reine Gestaltung, glaube ich, das wird wirklich noch sehr lange dauern, bis die KI da auch so weit ist, dass sie das einem komplett abnehmen kann. Ich glaube einfach, man muss sich als Webdesigner oder als Agentur sehr, man muss sich sehr schnell mit KI beschäftigen, man muss KI nutzen, einfach um geilere Ergebnisse zu erzielen, aber jetzt nicht mit der Angst leben irgendwie, die könnte einen jetzt komplett ersetzen, weil letztendlich diese ganzen Informationen, die wir über unsere Kunden sammeln, die wir in so einem Konzeptionsgespräch von unseren Kunden an die Hand bekommen, die müssen halt erst mal irgendwo in ein Design gegossen werden und da steckt letztendlich so viel Kreativität hinter, so viel, da ist einfach ein menschlicher Verstand benötigt und das wird eine KI so schnell gar nicht schaffen. Also einen Button zu designen oder mal eine Sektion zu designen, das schafft eine KI ja jetzt schon. Ich meine, wir nutzen jetzt auch schon die Figma-Beta, da gibt es ja jetzt auch schon die ersten KI-Features, aber dass man jetzt wirklich ein ganzheitliches Konzept hat und das wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, das, ich denke, das wird noch sehr, 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 sehr lange dauern. Es wird einfach weiterhin eine gute Unterstützung sein. Also wir haben jetzt auch mit der Figma-Beta ganz geile Ergebnisse schon erzielen können, beispielsweise bauen wir mal eine Sektion mit fünf Features und da kommen schon mal ein paar ganz coole Impulse raus, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagt, dass es jetzt irgendwas weltbewegend ist, das würde man nicht irgendwie bei Dribbble oder sonst wo finden. Ja, aber ich sag mal, so Tasks, da kann man auf jeden Fall gut mit der KI arbeiten. Ansonsten so Kundenanfragen aus dem KI-Bereich haben wir eigentlich bis jetzt noch gar nicht so gehabt. Also ich kriege es nur bei Kunden halt immer mit. Ich habe gestern erst ein Kundengespräch gehabt, da ging es eigentlich darum, dass wir ein paar Änderungen machen auf den Landingpages und die haben dann gesagt, hey, hast du mal dir Chatbots angeschaut, wie schaut das aus? Also ich kriege einfach nicht, dass wir es anbieten, auch in der Agentur, weil ich bleibe trotzdem noch immer beim Design, aber man kriegt einfach mit, dass die Leute so ein bisschen eine FOMO langsam kriegen. Also sprich, wenn ich da jetzt irgendwie nicht dabei bin, wir brauchen unseren eigenen Chatbot und so weiter und ich habe den Kunden dann auch einfach gefragt, wofür willst du ein Chatbot? Und er hat gesagt, naja, mit der KI, das geht ja voll. Und ich habe gesagt, du, eine KI bringt dir halt null, wenn du es auch nicht richtig verwendest. Also eine KI ist nicht besser als ein normaler Chatbot, wenn das nicht genau darauf abgestimmt ist, was du auch willst. Also ist immer total schwierig und ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber gerade von der Webdesign-Ebene und wir haben ja vorhin ein bisschen gesprochen, UX-UI-Designerinnen und Designer, die sich so auch benennen, gerade in früheren Schuhen und Premium-Branding und Premium-Design und ich weiß nicht, was alles, wie die ganzen Trigger-Begriffe heutzutage sind. Das sind ja, ich glaube, diese Schicht, wenn sich die nicht weiterentwickeln, das heißt, wenn du jetzt irgendwie Webseiten machst mit Templates und dich nicht in das System reindenkst und nicht lernst, wie Design an sich funktioniert, also sprich, dass man gewisse Grundthemen zu diesen, also ich habe ja auch einen kostenlosen Webdesign-Kurs auf YouTube, wo ich auch wirklich auf Typografie eingehe, wo ich also so anschneide alles nur, weil in die Tiefe kann man bei allen zig Stunden gehen, aber dass man mal ein bisschen versteht, okay, da gibt es eine Hierarchie, da gibt es Farben, wie trifft man die Bildauswahl, was ist überhaupt Art Direction auch so ein bisschen, dass man eine Ahnung hat, okay, was sind diese ganzen Sektionen, die sich auch manchmal ein bisschen in der Recherche bei UX wiederfinden, die sich ein bisschen in UI wiederfinden und ich glaube, wenn halt jetzt jemand sagt, okay, ich verkaufe einfach weiter Templates für 1000 Euro und ich mache irgendwelche kleinen Kunden, die selber nicht viel von ihrer Firma halten und Startups, die irgendwie nach einem Jahr wieder weg sind, ich glaube, die werden halt irgendwann wegrationalisiert, aber das ist aus meiner Sicht sogar in der Branche gut, dass jemand, der eben nicht Lust hat, sich weiterzuentwickeln und dann solche schlechten Webseiten, sag ich mal, in das Netz noch rauswirft, wodurch wir wieder nachräumen müssen und dann sagen müssen, hey, das ist schlecht, das ist nicht barrierefrei, das ist überhaupt unter Designsicht nichts eingehalten und der macht das aber schon fünf Jahre, dann denke ich mir, das gibt es nicht, also, weil, wenn du es ein Jahr machst, sage ich, okay, da gibt es ein paar Fehler, die du machen kannst, auch wenn du es fünf Jahre machst, auch wenn du es zehn Jahre machst, man macht immer Fehler, das ist nur menschlich, aber genau, ich glaube, diese unterste Schiene, die wird weggeräumt von KI, so ein bisschen, diese, ich habe mal um 500 Euro was. Einfach der Weg ins Internet wird halt einfach, also, der Weg mit einer Webseite ins Internet wird einfach leichter, also, ich sage mal, es gibt jetzt ja auch so Page-Bilder wie OnePage, womit man ja extrem easy Websites bauen kann, die auch ein relativ hohes Niveau haben, wenn man jetzt mal überlegt, vor 20 Jahren gab es ja diese Art von Tools gar nicht, jetzt mit einer KI kann man auch eine Webseite bauen, die hat halt einfach eine geilere Qualität als, sage ich mal, eine Webseite vor 10, 15 Jahren, also, ich sage mal, und da ist aber dann der Punkt eben, ich sage mal, dieses Niveau von der Webseite ist halt deutlich gestiegen, ne, also, wenn wir jetzt überlegen, vor 10, 15 Jahren, wenn wir das mit einer heutigen Webseite vergleichen, ist halt ein Witz, ne, also, wir haben ein deutlich höheres Niveau, heißt aber auch, finde ich, dass eben diese Unternehmen, die jetzt wirklich ernst genommen werden wollen, die sich eben professionell nach außen präsentieren wollen, die müssen mehr oder weniger eben ein hohes Budget in die Hand nehmen, müssen einen professionellen Webdesigner oder eine Agentur beauftragen, um sich einfach auch von der ganzen Konkurrenz abzuheben, ne, es reicht halt letztendlich nicht mehr jetzt nur noch mit so einem Template zu arbeiten, nur noch mit einer KI, ähm, erstellten Seite, sondern man muss da einfach halt wirklich nochmal die Extrameile gehen. Ja, Punkt, das ist auf den Punkt gebracht, wie du es gesagt hast, also, genau, ja, so sehe ich es auch, finde ich nicht immer spannend, weil es natürlich, ja, also, ich sehe es halt gerade auch, also, ich kriege tatsächlich auch oft die Frage, das ist bei mir halt durch die YouTube-Community immer so eine Sache, wo viele anfangen oder in das System ein bisschen einsteigen und reinschlüffeln auch, also auch sehr, sehr junge Leute und die sagen dann oft, naja, findest du irgendwie, kann man überhaupt als Webdesigner noch davon leben und ich sage so, naja, schau dir alle an, die ich interviewt habe, bloß mich, ich lebe davon seit 10 Jahren und natürlich vor, also, vor 13 Jahren, wie ich begonnen habe oder vor 12 Jahren, da war, da waren die ersten Webseiten so, hey, wir sollten mal responsive uns mal anschauen, so, das war halt damals Thema und dann natürlich kamen die Baukastensysteme, also Wix und Co., also das heißt, die haben ja auch schon einen großen Krater wieder in die Qualität geworfen und haben gesagt, hey, wir haben da jetzt Baukastensysteme, es gibt jetzt nicht nur CMS-Systeme und du musst nicht nur mit HTML und CSS was machen, also das ist ja, ja, stetig hat sich krass weiterentwickelt, also, deswegen finde ich das super spannend. Da wäre auch weitergehend, weitergehend die nächste Frage, was ist etwas, was du, das frage ich immer nämlich ganz gern, weil das auch so ein bisschen ein Zukunftsthema ist, was ist derzeit ein Thema, mit dem du dich am meisten beschäftigst und vielleicht auch in dem Zusammenhang, weil ich mir auch immer natürlich überlege, wo steht man als Firma oder als UX- und UI-Designer wie bei dir in fünf Jahren und wo sind die Themen, auf die du dich jetzt so ein bisschen mehr konzentrierst vielleicht dieses Jahr als die Jahre davor, wo du einfach merkst, das wird wahrscheinlich in fünf Jahren viel präsenter sein als die Jahre davor. Ja, also ich sag mal, persönlich gehen wir immer weiter weg von reinen Interface-Designs, reinen Design-Systemen, also wir wollen, wenn immer ganzheitliche Lösungen anbieten, sprich, Konzept, Design und die Umsetzung in Webflow. Es gibt zum Beispiel super viele Projekte auf meiner Webseite, da habe ich nur das Design gemacht, da ist keine Umsetzung gemacht worden von uns, beispielsweise jetzt bei Finanzfluss. Da habe ich das reine UX, die reine UI gemacht für den ETF-Informer, weil da auch einfach ein ganz anderes Entwicklerteam dahinter steckt, um sowas zu programmieren. Da müssen zahlreiche APIs angesprochen werden und Statistiken eingebunden werden und, 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 und. Das ist so eine persönliche Entwicklung, die wir gerade durchgemacht haben. Und ansonsten arbeiten wir gerade mehr oder weniger an so einem Konzept, wie können wir eine Webseite langfristig überhaupt wachsen lassen. Also viele gehen halt immer den Ansatz, okay, wir machen jetzt einen Website-Relaunch, von mir aus auch mit, weiß ich nicht, zehn Unterseiten, aber was ist, okay, dann steht die Webseite, wie gehen wir jetzt weiter voran? Also bleibt die jetzt einfach so stehen oder wird die zum Beispiel monatlich durch neue Landingpages erweitert, wird die durch neue Unterseiten erweitert, werden neue Blogbeiträge veröffentlicht und da versuchen wir gerade so ein paar individuelle Konzepte zu testen, dass eben auch eine Webseite nicht einfach nur einmal gemacht wird und dann steht und in fünf Jahren macht man einen neuen Relaunch, sondern dass die wirklich Monat für Monat, Woche für Woche, Jahr für Jahr wächst und immer größer wird und immer besser wird und immer mehr Infos bietet. Das ist so eine Sache, wo wir jetzt gerade sehr dran arbeiten. Okay. Ja, ich sehe bei euch, also ich meine, du hast ja jetzt schon einen Mitarbeiter, aber ich glaube, das wird nicht lange dauern. Ich glaube, so ein Kernteam um dich herum von fünf, sechs Leuten wo ihr dann wirklich die ganze Designphase und auch für größere Kunden, also da geht es ja eigentlich nur darum, ihr könntet das jetzt wahrscheinlich auch schon für so mittelständische Kunden sehr gut umsetzen und für größere Kunden, also dass ihr so ganzheitlich vielleicht die Firma betreut, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Fresnapf nehmen und Fresnapf kommt zu euch und sagt, hey, Flo, ich war so zufrieden mit euch, ich würde gern, dass ihr alles bei uns macht, dann brauchst du halt ein Team und da sehe ich das dann eh auch bei euch, also wenn man so mit fünf, also ich finde immer die Vorstellung, so eine riesige Agentur, ich finde, also das reizt mich persönlich überhaupt nicht, weil ich einfach durchgehend Minimalist bin und ich glaube, da würde ich auch einfach den Überblick verlieren, das würde mir nicht so viel Spaß machen, aber so ein Kernteam von vier, fünf Leuten mit einem sehr guten Developer, mit dir als Lead und dann noch in der Umsetzung jemanden und so weiter, das ist schon, glaube ich, vielleicht das, was in fünf Jahren bei euch dann ansteht. Ja, das ist so das Ziel momentan, was wir eigentlich anstreben, also in den USA ist ja mehr so dieser Begriff des Studios geprägt, also Studios sind ja alle Agenturen unter zehn Mitarbeitern und das ist eigentlich auch das, wo wir hinwollen. In Deutschland sagt man auch gerne immer so Boutique-Modell, das heißt, wir wollen eigentlich klein bleiben, richtig geile Qualität weiterhin liefern, also nichts automatisieren in dem Sinne, dass man jetzt immer Templates benutzt oder so und für jedes Kundenprojekt immer das gleiche Template nimmt und nur ein bisschen umbrandet, sondern wir wollen wirklich immer alles noch sehr individuell machen. Ja, und ich sage mal, wenn wir jetzt noch einen weiteren Designer und noch einen weiteren Webflow-Entwickler mit reinholen, dann wären wir so ein Team von vier Leuten, haben noch meine Frau, die macht Buchhaltung, Backoffice und sowas, dann sind wir fünf Leute insgesamt und dann reicht das auch voll aus. Das ist eigentlich so das Ziel, wo wir jetzt gerade hinwollen. Ja, man sieht so ein bisschen die Richtung, also wenn man zwischen den Zeilen liest, auch bei LinkedIn und so weiter, also die Links zum Flo findet ihr übrigens alle unten in den Shownotes, aber so das Gefühl von mir und von außerhalb, ich habe ja auch mit einigen Freelancern innen schon zusammengearbeitet und eben auch dann mit Agenturen und das sieht nur so ein bisschen die Richtung, in die es sich abzeichnet. Vor allem gerade einfach, weil eure Kernidee, das, was du mir jetzt hier sagtest, für die nächsten fünf Jahre ist ja so ein bisschen auch eben, man muss das Team fast erweitern, weil dann kannst du diesen ganzen Prozess abbilden. Ansonsten wirst du vielleicht irgendwo immer ein bisschen Abstriche machen müssen. Aber finde ich sehr cool, weil, wie gesagt, ein Fünfer-Team ist eh was Schönes, was man anstreben kann und damit kann man sehr coole Sachen umsetzen, glaube ich, auch in die Zukunft. Da wäre eben noch meine letzte Frage vielleicht, weil das jetzt auch so ein bisschen aufgekommen ist. Du hast dich ja derzeit so ein bisschen als, weil das ist auch so ein Begriff UX und UI, das immer so ein bisschen verwendet wird, aber irgendwie nie darüber nachgedacht wird und auch dieses ganze Freelancer-Wesen oder man ist Freelancer oder Freelancerin. Das ist eben, finde ich, oftmals auch bei Firmen eher so abwertend. Also ich habe oftmals das Gefühl, für sie ist das so, wenn wir einen Freelancer nehmen, dann ist das keine richtige Agentur, dann ist das derjenige, der so halt das mal gerne macht und der vielleicht spezialisiert ist, aber irgendwie ist da noch immer eine Diskrepanz da. Überlegst du da, weil du jetzt auch das Thema zum Beispiel in Amerika-Studio angesprochen hast, in der Zukunft umzubranden und deine Personal Brand zu belassen oder war das einfach so aus dem Gefühl heraus, dass du halt jetzt mit einem persönlichen Namen sozusagen dich aufgestellt hast und das in der Zukunft vielleicht aber dann noch umformen willst? Genau, was sind da deine Gedanken dazu vielleicht so ein bisschen noch? Ja, also ich sage mal, das kommt natürlich irgendwie alles noch aus der Anfangszeit, dass ich jetzt meine Domain floriansteiner.de ist, dass ich mich da als einzelne Person präsentiere und irgendwo auch als Freelancer, weil ich bin halt Freiberufler so, auch beim Finanzamt bin ich halt einfach Freiberufler. Da darf man ja auch nichts anderes sagen. Aber genau, wir versuchen jetzt halt gerade diesen Shift hinzukriegen. Wir haben jetzt auch externe Hilfe von Matthias Niggerhoff bekommen, der ist der Verkaufspsychologe und der hilft uns jetzt gerade aktiv dabei, diesen Shift vom Freelancer-Dasein hin zur Agentur oder zum Studio hinzukriegen. Das ist natürlich nicht so ganz leicht, weil irgendwo will ich weiterhin auch diese Personal Brand beibehalten. Viele kennen mich als Flo Steinle und es ist immer auch ganz, ganz wichtig, wenn jemand eine Webseite bei uns beauftragt, wenn jemand ein Design bei uns beauftragt, dann arbeite ich an dem Design. Also es ist nicht so, dass wir jemand Externes beauftragen und auch wenn wir einen Festangestellten noch fürs Design reinholen würden, dann würde ich trotzdem am Ende immer noch federführend sein und würde auch den Blick am Ende immer noch drauf werfen und würde versuchen, so meine DNA da mit reinzubringen. Deswegen, ich denke nicht, dass wir davon weggehen von diesem Personal Brand Ding, aber trotzdem irgendwo halt diesen Shift zur Agentur schaffen. Also weiß nicht, die Agentur hinter Flo Steinle oder so. Irgendwie so wird es dann vielleicht heißen, aber wir wollen jetzt auf keinen Fall, dass das jetzt irgendwie Steinle Webdesign Agentur oder so heißt, sondern irgendwo dieses Persönliche soll schon noch mit drin bleiben. Aber das ist nicht so leicht und da sind wir jetzt gerade aktiv daran zu arbeiten. Das ist das Ziel für dieses Jahr auf jeden Fall. Ich fand das bei Brabus immer ganz cool. Die haben gesagt, die Geschichten hinter Brabus sozusagen und haben dann sozusagen den CEO noch vorgestellt. Das wird bei dir auch zwangsweise rauslaufen, weil ich hatte ja eine Personal Brand und immer die, also früher anders geheißen, aber grundsätzlich einfach damit eine gewisse Distanz zu den Kunden ist. Mir war das immer wichtig. Also nicht, dass ich ein Problem damit hätte, mich zu duzen oder so mit Kunden, aber es war einfach immer einfacher, sag ich mal, irgendwann gehört so du Arschloch oder sie Arschloch sind halt zwei verschiedene Ebenen und wenn man halt auf einer gewissen Distanz beruflich ist, dann war das einfach immer einfacher für mich zu agieren und es hat eigentlich ganz gut funktioniert und deswegen habe ich mich dazu entschieden eigentlich auch immer als Agentur zu stehen, auch wenn ich allein war, aber ich habe das ganz offen gesagt, dass ich dahinter bin und es ist sonst niemand. Also ich habe das dann einfach gesagt, hey, ich bin halt Kolber Media jetzt oder damals It Simple und das ist einfach die Marke und ich habe da auch nie gelogen, im Gegenteil. Aber ich merke jetzt auch, also gerade auch, wenn man eine Personal Brand hat und auch auf YouTube und so weiter, es hilft halt schon, wenn man die Leute auf eine Personal Seite auch bringt und dann dort einfach steht, dass du Inhaber halt eine Agentur bist und that's it, so oder du eine Agentur hast. Aber dadurch ist das auch viel gedanklich viel besser getrennt. Also ich habe es bei Kolber Media nicht hinbekommen, zum Beispiel beides zu vereinen, weil dann irgendwie ein Podcast-Interview zum Beispiel von dir mit uns kann ich jetzt zwar auf die Agentur-Webseite geben, aber das interessiert halt eher vielleicht jemanden aus der Branche und vielleicht nicht zwangsweise unsere Kunden, aber unsere Kunden könnten auch irgendwie benefieten. Also es ist ein sehr, sehr, sehr langwieriger Gedankenprozess, aber auch eine spannende Entwicklung, glaube ich, auf die man sich freuen kann. Also von dem her, ja. Ja und ich glaube auch so ein bisschen in Bezug auf KI, wenn wir wieder so zu diesem Thema zurückkommen, KI ist sehr generisch und alles, was eine KI macht, ist austauschbar im Grunde. Aber was ist halt nicht austauschbar? Man selbst, das eigene Gesicht, die eigene Persönlichkeit und deswegen glaube ich, es ist einfach eine Personal Brand, wird die in den nächsten Jahren nochmal viel wichtiger als in den letzten Jahren. Keiner kann mich kopieren, außer es gibt vielleicht so einen Zwilling oder so von mir, den habe ich noch nicht kennengelernt. Aber wir haben uns auch kennengelernt, es versuchen viele, dich zu kopieren und ich habe das ja auch schon oft gehabt, so haben wir uns auch auf LinkedIn unterhalten, das ist so eine Side-Story, die wir vielleicht noch irgendwann erzählen können in einem zweiten Interview. Ja. Aber, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also Personal Brand, ich meine, sieht man ja auch, klingt immer, natürlich fällt es vielen schwer, vielleicht den größten Schluss dazu ziehen, aber auch Elon Musk zum Beispiel benefited von einer Personal Brand. Also das unterschätzen viele und die sagen, naja gut, aber das ist ja SpaceX und Tesla etc. Aber ich habe gesagt, ja, aber Tesla gab es davor zum Beispiel auch und das war ein nicht auffälliges Unternehmen und dann wurde es ganz anders. Also, ja, nicht, dass er immer alles korrekt vielleicht macht oder gut macht, aber eine Personal Brand gibt einfach auch so einem riesigen Unternehmen ein Gesicht und das muss man mal hinbekommen. Also jeder hat ja Bill Gates oder Steve Jobs oder irgendjemanden bei einer Sache im Kopf oder wenn man Aktien denkt, gibt es auch viele Leute, deswegen, ja, finde ich das super spannend. Ja, vielleicht noch eine letzte Sache für meine Community. Das ist auch immer so eine Sache, die ich gerade jemanden, der so eine Expertise hat wie dich fragt. Wenn dich jetzt jemand sieht und sagt, hey, ich finde das, was der Flo macht und seine Arbeit so richtig cool, wie würdest du jetzt jemanden, der beginnt vielleicht oder der sich verbessern möchte oder auch das Level kommen möchte, wo du bist, was würdest du denen jetzt für Tipps geben, auf was man sich konzentriert oder wie hast du das gemacht? Also wenn du zum Beispiel ein besserer UX-Designer oder Designerin werden willst oder auch bessere UI machen möchtest, mehr eine Konstante in deinem Design zu haben, etc. Hast du da vielleicht zwei, drei Tipps, die du dann noch jemandem mitgeben kannst? Ja, also ich glaube, am Ende braucht man auf jeden Fall eine Art Mentor, ob das jetzt, sage ich mal, ein Job oder ein Praktikum oder sonst wo ist in einer richtig geilen Designagentur. Man braucht halt jemanden, der das einem irgendwie beibringt. Man muss diesen Vibe spüren, man muss das wirklich hands-on lernen und sehen, wie andere halt wirklich arbeiten. Also ich muss zum Beispiel sagen, in meiner Ausbildung habe ich nicht so viel gelernt, sage ich mal, geiles Design zu machen. Das habe ich dann ja später bei Fintry gelernt, das ist eine Designagentur aus Duisburg. Und da habe ich erst mal richtig gelernt, wie man State of the Art designt. Also ohne diesen Input von den Leuten da, von dem Chef, von den Kollegen, hätte ich es niemals geschafft, jetzt hier zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Also ich würde mir halt immer irgendwie, ich bin auch ein totaler Fan von der Ausbildung und von dem richtigen Job zu starten, aber am Ende braucht man irgendwie einen Mentor, von dem man lernt, der einem was beibringt, der einem so eben zeigt, wie richtig geiles Design funktioniert. Und am Ende des Tages einfach immer ausprobieren, 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 lernen, lernen, lernen. Also wirklich einfach die Seiten, einfach irgendwelche Seiten runterdesignen, Inspiration suchen bei Dribble. Man muss nicht klauen, aber man kann sich inspirieren lassen und so einfach wirklich am Ball bleiben. Und gut sein zu können, das kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein Prozess, muss man über Jahre am Ball bleiben und irgendwann hat man das dann so verinnerlicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch immer so Talfahrten, wo ich mir denke, so jetzt habe ich relativ gut Ahnung von dem, was ich tue und dann kommt irgendein Thema und auf einmal bin ich da immer tiefer drüben, tiefer drüben und auf einmal denke ich mir, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was habe ich die letzten zehn Jahre gemacht. Und dann kommt wieder so ein Hoch, wo ich mir denke, ja, okay, ich habe jetzt langsam eine Ahnung wieder davon und dann wieder und das geht so seit zehn Jahren. Also ich kann auch von meiner Seite sagen, macht euch keinen Stress. Ich glaube, ich kann nämlich auch viel von Anfängern lernen, weil also bei mir ist das so, ich habe ja kostenlose Communities oder auch einfach auf YouTube und so weiter und da kommen teilweise Fragen, wo ich mir denke, hm, habe ich mir noch nie die Frage gestellt eigentlich, aber spannend. Das heißt, man lernt, finde ich auch, weil Mentor ja eher immer dieses, okay, jemand ist besser vielleicht und du lernst von ihm, aber Mentor und Mentee, ich finde, das ist immer so eine schöne Synergie, wo man auch eben voneinander lernen kann. Das heißt, auch wenn ihr anderen Leuten helft oder mit denen mal ein Beratungsgespräch führt, könnt ihr auch von denen lernen. Was haben die eigentlich für Probleme? Was hat vielleicht die Zielgruppe für ein Problem? Was haben Anfänger für Probleme? Also einfach auch Augen und Ohren offen lassen. Das hat mir auch immer geholfen. Aber deine Tipps sind auch sicher Gold wert und generell waren heute im Interview ein paar Golden Nuggets dabei. Ich glaube, da können wir vielleicht dann irgendwann nochmal ein 2.0-Interview machen. Ja, und bedanke mich jetzt wirklich für das tolle Gespräch. Ich fand das richtig, richtig cool. Wenn ihr vom Bro mehr erfahren wollt, unten findet ihr alle Links dazu und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr noch Fragen oder so habt und wenn genug kommen, dann machen wir einfach noch eine zweite Runde. Bro, danke vielmals. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Danke. 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 Danke.